willkommen zu diesem neuen video und heute ja machen wir etwas neues leute endlich endlich ja leute endlich seht ihr meine überraschung leute das ist das hier ein drohen und leute das gehört mir also ja und ja also leute und diesen diesen drohen werden wir heute ein bisschen ja rauf fliegen also leute ja falls du unten kosten abonniert hast dann wirst du die beste drohen der welt bekommen leute ich denke mir das gut aus ok also lasst uns einfach kevin fängt natürlich an weil ich bin ein ja in ordnung ok ich hoffe ja ok leute schaut mal es kommt ein geiler wind raus also ja kevin kann schon sehr gut für den drohen also also ja und es ist echt lauf leute also ja der fliegt er kann sogar über über ein dach fliegen also leute ja und ihr stoppt es ja manche ich das nicht mehr es kann auch höher steigen aber jetzt wollen wir das nicht wow ich habe Angst Leute also Kevin ist voll gut an leute ja und ich wow wow leute unnormal ich freue mich ich freue mich doch auch wenn ich die Freude zu schauen da habe ich auch schon mal gesehen das ist auch eine Kamera ja schaut mal man kann auch sagen also das Ding ist Leute sag ich boah ich habe immer Angst Leute ich habe fast gesagt gesagt Leute, die Drohne ist echt super und nein, Leute, leider können wir nur vier Folge zehn Minuten machen, weil, Leute, es geht so schnell aus, also, es ist Batterie drin und, Leute, das geht schnell aus, so, zehn Minuten kann man das jetzt machen. Also, Leute, ja, Kevin ist voll gut da sehen. Ich kann mich dann wieder an. Was? So, wieder schrei. Ja, Leute, schaut mal wieder. Oh, die Drohne! Ja! Okay. Okay. Alles okay, Leute. Und natürlich werde ich auch das machen. Wow! Okay, Leute, ich habe mich fortgelegt. Der trägt fünf Minuten nach zu und fünf Minuten nach zu. Okay. Nein, ich mache die anderen Minuten nach zu dir das. Ja. Und, Leute, dann, ja. Und ich habe noch eine halbe Minute. Ja, eine halbe Minute. Oh, mein Gott. Leute, es ist echt gefährlich hier. Und du noch nicht. Und dann komme ich dran. Eine halbe Minute. Oh, mein Gott, Leute. Schaut mal. Oh, mein Gott, Leute. Er attackiert mich. Wenn das einmal euch berührt, dann sieht es echt weh. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein. Schaut mal. Schaut mal. Schaut mal. Schaut mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Aber das ist echt gefährlich. Kennt ihr nicht? Er hat schon geübt. Also kann ja das vollziehen. Ich nehme auch mal ein. und die kamera da ist ein kamera drauf also unter das ist echt gut also heute ein kamera in den drohen kann man auch filmen also ist egal was also ja es ist auf jeden fall sehr kraft wird und liebeste tun weil das so geil ist alle heute und ich bin voll ja nicht so gut aber ist okay und bald bin ich dran alle warte wow ok bei einer runde nach und dann bin ich dran also warte jetzt kommt ein geiler wind raus also es fühlt sich echt gut an also es ist so wie draußen jetzt bin ich dran schaut mal ich bin so gut in den drohen aber habe ich echt viel geübt warte nicht starten nicht starten leute ich bin ihr kevin lernt mich im drohen aber grund zu werden jetzt ist ja nicht auf meiner seite dann geht udi manchmal kriegt das irgendwo hin und ja dann ja warte und udi ist auf jeden fall manchmal dabei er hat angst vor dem drohen und udi ist auch auf jeden fall riesengroßen angst ok das ist ein tier ja leute ich weiß nicht ob das ein guter ist was ich hier mache also leute so dann hier ich bin ich weiß nicht ob ich gut bin aber ist meine bestätigung oder also leute es kommt halt keinem wind raus also leute ja und oh und fennen bringt so die nicht rein weil er angst hat er hat total angst vor dem drohen schaust mal leute ich und und wow wow komm her so er sei nicht so wie david ok wow ok also ich kann das auf jeden fall sehr gut steuern ich weiß nicht ob ich gut da drin bin also also es ist echt gefährlich also ich habe immer angst ich entgeg mich immer also also jetzt bin ich nicht dabei ok ok es kommt ein kaltes wind raus also leute ja also ok ok ja udi 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 udin u da udi udi u�� u u Merc u in u u leute die batterie ist aus ja die batterie ist komplett aus okay das war es für die folge also wir machen heute ein video ja leute also und für morgen ein zwei leute wie auch immer gesagt also morgen komme ich um sechs uhr nach hause und dann habe ich keine zeit für zwei videos das geht einfach nicht sehr kurze video obwohl das ist kurz es war schon ein bisschen lang also ja aber der es hat viel spaß gemacht mit dem drohen also heute ja und deshalb einen geilen wind also hatte ja leider geht die batterie sehr schnell august aber leute ich mehr ich werde mehr davon mehr von diesem drohen machen aber wartet mal in zehn bis zehn sekunden kann ich euch über den drohen erklären also wie das normalerweise ausschaut so schaut es aus da ist ein auch eine kamera drin ich weiß nicht ja das sieht man und diese drei event wenn ein von der flügeln ja kaputt geht dann geht das gar nicht und leute da da schaltet man ein seht ihr diesen diesen schwarzen hier da ist schaltet man ein und aus und da hat man so ein controller also das und da ist hier also ich weiß nicht irgendwo in tun haben wir es auf jeden fall gekauft kevin was ich habe keine ahnung wo meine papa das gekauft hat ich glaube nie was frag ich ihn mal also und da ist auf jeden fall da 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 also ich weiß ich mach das mit meinem fuß ja leute und mit dem fuß ist es echt schwer ich kann es wirklich hast du es probiert oh mein gott leute das ist echt schwer mit dem fuß und da ist quasi also da schaltet es mal ein und aus da da muss man die kamer erstmal raus nehmen und da da steckt man die batterie rein und dann und dann kann man es einfach so drehen und dann kann man es einfach so drehen und leute wenn das ausgeht müsst ihr keine panik haben ist es geht einfach so langsam runter und leute man muss sehr viel üben für das es ist nicht so einfach leute das sollte ja und du die hatte eine menge angst ok wir haben leute ich habe euch alles gezeigt glaube ich ja habe ich euch diese dinge und die drohung ist auf jeden fall sehr geil leider geht die batterie sehr schnell aus aber leute wir werden auch eine echte wenn ich gut jetzt jetzt besser bin mit ich habe schon eine also ich werde eine bekommen ja dann habe ich ja leute kevin hat schon sehr gut also das gelernt und man das ist nicht so einfach leute es sieht einfach aus aber es ist nicht so einfach also man muss ich ja ich habe es auch sehr schwer vorgestellt am anfang habe ich so probleme gehabt und auf einmal konnte ich das und leute david hat gesagt das ist sehr einfach und dann der geht überall gegen die lampe gegen den wagen gegen den stuhl ja das ist nicht so einfach leute denkt dass er wenn jemand sagt es ist einfach glaubt ihr nicht das ist nicht einfach also heute ja und es gibt noch schwerere drohen also heute wenn man die beste sein will dann muss man alles können wie ihr gerade wisst ok leute das hast du gesagt also leute wir haben jetzt genug gelappert hier also heute ja es war langweilig glaube ich ja ich weiß aber wir sehen uns wieder mal bei 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 bei